tschüss 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 was haben wir letztens gemacht ah ja ich erinnere mich wir haben auf die fresse bekommen was haben wir gemacht natürlich haben wir das gemacht oder was sollen wir sonst machen was auf die fresse bekommen das hier you're next ein bisschen eine heilung reinhauen können weiß ich gar nicht wie man darauf kommt kühlende brotsuppe mir gibt es auch super jetzt aber die wird nicht kühlend sein es ist nur hühnerbrust gemüse ingo suppe sowas gibt es ist gesund okay seid gesund das ist ein raptor das ist nicht der weg hinauf was sagt die karte karte sagt ich finde sie nicht karte sagt hier gibt es eine straße und die sollte mich raufführen ein strand entlang wird wahrscheinlich auch eine option sein hier gibt spinnen die coolen dschungel geräusche gehört das ist schon cool schon atmosphärisch ich hoffe die ganze zeit wenn ich was aufnehmen will wo ist es also drin dann natürlich wahrscheinlich ein typ der karte oder lens mit mir spielen will oder tiny teen aus wonderlands fuck 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 verdammt pf 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 gefühle hat man zu ölfass geknabbert sehr gut brauchst du gar kein mieses gefühl zu haben solange stalker und ölfässer knabbern ach du ich erinnere mich das ist der nachtschatten das ist eigentlich ein schönes bild von dem gerade in diesem spiel kitschen die gegner viel weniger der andere verschwunden schon hier hier ok ich ihn rauskicken also das docker ist halt halb pflanze und der nachtschatten ist cooler da war nächstes suicide squad mission an die kann ich mich noch erinnern jetzt bin ich neugierig verdammte händen die alles noch dran lass mal es geht schon ok niemand braucht was von mir gut gut so wie ich gewöhnt bin alles noch dran hier ist natürlich fett party da es eine fette zone hier ist ein total raptor ist meine lipnex raptor das ist nicht mehr mal was nein ok genug getestet hier wird ja wieder fett gefeiert seh dir das an einen augenöffner der auch tom gefallen hätte hier sollte mal jemand aufräumen das würden wir machen tom wird nicht mehr so schnell gefallen dafür haben wir gesorgt ray fast nicht die flitsch dann ist der fisch um die ecke ich glaube direkt wenn ich fast auf den monstern drauf lande dass es dann zum klitschen anfängt holt die notiz hartoray ich werde irgendwann mal na ilex companions waffengefährten ranking liste machen irgendwann mal wenn ich zeit und lust dazu habe eins ist mal richtig neun sieben zwei glaubt wer mit dann muss hier sieben sein acht hatten wir da schon nein acht geht auch nicht fünf fünf hatten wir hier schon vier hatten wir noch nicht zwei sieben null das war nichts das habe ich mir nicht bewusst ob es passt oder nicht eins sieben fünf null eins sieben kann ich eins dann wieder drücken zwei sechs verdammt sechs ist richtig sechs ist immer richtig verdammt ich muss niesen da hatten wir doch schon zwei null jetzt eins sieben null sechs ja ich hoffe was magnesium fackeln die wir jetzt vielleicht berauchen werden kann da war kein bett ich schreibe trotzdem noch geisterwolf also mann und dran 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 zwei verdammt warum habe ich das gefühl dass ich niesen muss größte wof das sind nur raten auf meiner karte wenn jetzt die webcam auf der linken seite dann sieht man meine karte wieder wir sind unter mir die gegner ok ich habe umsonst gepanikt sind nutzlos die karte dann hier ist eines der forschungszentren der infinite skies was sie hier treiben wird der öffentlichkeit nicht bekannt gegeben so rücksichtslos mit der umwelt umzugehen muss einen größeren grund haben ich werde herausfinden was sie hier machen profit profit ist der größere grund ach komm schon oh hier haben wir auch einen größeren grund es geht dass ich nicht gedocht bin hier sollten wir nicht allzu lange bleiben chillt mal an der wand hier weh aus dem weg von meiner loot weißt so nicht was ich von diesen typen kriege ich glaube da wartet schon gegen auf mich ich lass mir mal zeit das wäre noch auf ablaufzeit mhm mhm ja und schon wolf wenn man nicht wenn man nicht wenn man nicht oh was zum teufel oh das ist nicht gut was hier ja zwischendurch krieg ich mal noch die fresse da blockt mich oh 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 verdammt oh verdammt oh das bin ich gar nicht gewöhnt mehr in harten fight und der unholt ist auch nicht gesaved was bist du schalten wir das kleine ding mal aus direkt wird angelockt natürlich schau dir den Arm der flasht einfach mich nieder ja ein guter start ok dann müssen wir mal ein hausputz hier machen uuuuuh wach 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 nein ja und so circa eigentlich guten tränke noch oder wie ein wie ein nein eine gute super gesundheit verdammt habe ich nicht gesundheit regenerationsresistenz durchrüstung doch doch und noch da und noch da gut dann zuerst hier hin hier sollten wir nicht allzu lange bleiben ich mache das ich mache das das war schon mal besser deshalb speichern hm macht die dann doch nicht ja 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 die ja 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 Gute Arbeit, Hund. Gute Arbeit. Wir haben nicht versagt diesmal. Ja, hat er nicht, hat er nicht. Wollen wir noch Gängel finden, wenn wir den Hund da haben. Da draußen. Und weg. Wenn du dich beruhigen musst, kannst du dich beruhigen. Zweimal einen Topf bitte. Wir messen ihn mal durch hier. Dass wir hier gerade so stark sind. Oh! Verdammt. Und dann ist schon der Nächste, oder? Nein, sorry Ray, nicht den Dratschen hier. Hooray, Interview! Warum schrauben wir alles so viel? Ja, Magnesium fackeln. Noch und nöcher. Ich hasse es. Das haben sich Gott sei Dank in LX2 gehoben. Was, Mann. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh! Oh, das klingt doch geil aus. Natürlich kommen die, Alter. Oh, boy! Ui! Hopp. Nein, wegrollen. Wegrollen. Ach, Drollhain, zieh ich aus. und oder feins und unglaublich dass ich sowas noch erleben darf normal sollte mein Spiel hell genug sein verdammt ich fange zum schwitzen hier auch an ob sich was so heiß draußen ist verdammte Hochsommer ja und ich esse trotzdem eine Suppe auf Suppe was soll ich sagen schütze ich halt eine Runde ist sowieso schwierig eine Proteinsuppe zu bekommen muss man sich dann schon selber machen ich glaube es ist eine Mission auch damals ich kann mich nicht erinnern ich glaube es gab sehr viel Backstory und Loot und das hauptsächlich Backstory und Loot Loot und loot Vadder ich gebe einzelne Pfeile auf sodass ich alle aufhebe nur checks nur du machst das so macht nämlich keinen Sinn jeden Pfeil einzeln aufzunehmen wenn man sie eigentlich alle zusammen greifen kann oh doch die Wand kurz durch die Pitch interessant ich dachte wir würden große Dinge vollbringen aber anstatt die Geheimnisse des Universums zu ergründen beschäftigen wir uns mit realitätsfernen Zukunftsideen immer noch Brennstofftests Simulationen zur Beständigkeit von Materialien bei hoher Strahlungsbelastung synthetische Herstellung von Sauerstoff was soll das um Sonden ins All zu schießen brauchen wir solchen Mist nicht ich nehme vielleicht vollkommen zu keine Ahnung ok Strahlung Radio Radio Ratoros haben wir doch Rüstung auch die Hilfenschutzmaske perfekt ich sehe auch keine Gegner mehr die irgendwo auf der Karte rumschweben was bist du da ist Schrot ich sollte vielleicht doch nochmal schnell speichern ok wenig brauchbares in den Trümmern hier ich will du lügst das ist Gift keine Strahlung ich habe mir das Falsche reingehauen ich habe mir das Falsche reingehauen den Vorkufer kann ich mir nichts so weiteres reinhauen hier liegt es da ok 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 anscheinend würde ich einfach abwarten und dann nochmal kommen ich schätze hier passen wir besser auf wie kommst du drauf das erste mal dass ich eine Magnesiumfackel brauche unglaublich Magnesiumgranaten werden interessant das ist Dualhammer das ist zweihändiger also wenn wir es sowieso nicht benutzen dann ist schwächer ich meine ich kann es wahrscheinlich upgraden falls es eine gute Waffe ist aber ich finde die Elex sowieso die gute Einhandwaffen die existieren anscheinend einfach nicht die Welt unbewohnbar machen und verschwinden das gibt es oft der Wissenschaftler muss verschwinden er hat das gesamte Projekt mit seiner Offenbarung gefährdet wir werden jetzt alle Bemühungen auf das Shuttle setzen wir reden von Dawkins natürlich Dawkins ich gehe erst später in den Untergrund diese Folge machen wir das den Obergrund hier fertig auf mich ich gehe mit Händen wo habe ich dich hergeholt alles noch verdammt verdammt das heißt hier nicht zu viel zum entdecken gibt es ja auch Downstairs Downstairs people mehr ein Dachgeschoss ok ein Flugblatt Jackpot beste Loot ever was will man mehr ich schwitze ich mache hier kurze Pause jo Peace out in the meantime es geht dann gleich auf diesem Ort weiter zu ja ich da ich g ich ich sie das ça dazu ich 言